Bei mir bist du schön, bei mir Osterheim, bei mir bist du dein. Musik ist ein Leben. Ich kam von einem sehr pooren Leben, hatte eine gute Leben, eine gute Leben, eine gute Leben, mit einem guten Leben. Mein Vater war ein Orthodox-Jew, wir waren acht Brüder und eine Frau. Wir waren eine sehr nahe Familie. Es ist unglaublich, mit der Liebe wir hatten. Mein Vater war ein starker Mann, mein Vater war mein Angel. Die einzige Sache, ich kann euch sagen, ist, dass ich meine Mutter aufzüllen, mit der Teufel kam. Ich bin froh, dass wir alle Familie zusammen sind für Shabbat sind. Die Mutter ist in unserer Haus, in Bein Mensch. Es ist nicht vergessen, dass ich mich nicht vergessen habe. Es hat mich geholfen, es hat mich geholfen, es hat mich geholfen, es hat mich geholfen. Mein Vater war nur ein Mann, mein Vater, mein Vater. Mein Leben hat mich geholfen. Before the war, ich war supposed to become a lawyer. The whole world changed. I loved everything. I never lost music. I remember the last song I played, was Schubert. The music was also with me, but I couldn't express myself. I was a better man. I was very bitter. I liked the song. I learned that in Auschwitz. I will sing it. Can I sing it? Yes. 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 It was red. Red. Burning bodies. Ashes was on your lips. It felt �speaking. the lips. They sing the song. Did I die? I sing. Live or dead. I live or dead. I live with that, I see picture myself, Yanks the wall, the sky was red, red for the ashes, the sky was red, stay with you, stay with you, we made it. We paid a high price for Israel. Every Jew should be proud to see that, what we did. Israel gives you pride, strength to be a Jew. I met my wife Renee, she knew I couldn't say I love you, but she was a survivor too. She knew my pain, I was frozen, step by step she had frozen me. Life goes on, and I have two wonderful kids. Life has a purpose. Be proud of what you are, don't deny it where you are, don't deny it. Every child we lose, it's a crime, we have to help each other. We need every Jew. ACE is a wonderful organization, has to be supported and should be supported. This organization brings them back to show what they are. We need them. Keep up the work. We are proud Jew. We need them for przysz íre just one thousand times a day to 돼. We need to go get crazy versus in a community pe Au�émis. We need food.